Hi! In dieser Session beschäftigen wir uns mit der Tonhöhe und erfahren, wie man sie notieren kann. Was ist die Tonhöhe? Bisher haben wir uns nur gefragt, ob, wann und wie lange Töne erklingen. Nun erweitern wir unser Verständnis. Uns interessiert jetzt der Ton selbst, nämlich welcher Ton genau erklingt. Noten sind nicht alle gleich, es gibt höhere und tiefere Noten. Wenn wir unsere Finger über die Seiten einer Harfe gleiten lassen, dann hören wir das ganz deutlich. Die Tonhöhe ist neben dem Rhythmus die zweite wesentliche Perspektive, unter der wir Musik betrachten können. Wie wir bereits im Themenblock Grundlagen der Akustik erfahren haben, hängt die Tonhöhe von der Frequenz eines Tones ab. Je höher die Frequenz, desto höher erklingt ein Ton. Eine Verdopplung der Frequenz entspricht einer Oktave. Instrumente wie zum Beispiel die Posaune können den Tonraum dazwischen kontinuierlich durchschreiten. Für die meisten Instrumente ist es aber notwendig, diesen Tonraum zu organisieren. Man unterteilt ihn in verschiedene Stufen. Im westlichen Kulturkreis organisiert man den Tonraum chromatisch. Das heißt, der Tonraum wird in zwölf Stufen unterteilt. Dies ist aber nicht in allen Musikkulturen der Fall. In den indischen Raghas wird der Tonraum zum Beispiel in weit mehr Tonstufen unterteilt. Meistens haben wir es heutzutage mit einer gleichstufigen Temperierung zu tun. Die Oktave ist dann in zwölf gleichmäßig große Tonschritte unterteilt und der Abstand von einem zum nächsten Ton ist immer gleich groß. Aber das war nicht immer so. Es gibt verschiedene Stimmungssysteme. Die gleichstufig temperierte Stimmung ist bei uns nur am weitesten verbreitet. Wie werden die zwölf Tonhöhenstufen benannt? Damit wir über verschiedene Tonhöhen sprechen können, müssen wir sie irgendwie bezeichnen. Sie brauchen Namen. Schauen wir uns einmal die Klaviertastatur an. Wir sehen, es gibt zwölf Tasten. Sieben weiße und fünf schwarze. Diese zwölf Tasten bilden eine Oktave. Dann wiederholt sich die Anordnung wieder. Zunächst bleiben wir ausschließlich bei den weißen Tasten. Um sie zu benennen, hat man sich im Alphabet orientiert. A, B, C, D, E, F, G. Und dann fängt es wieder von vorne an mit A, B, C und so weiter. Aber Vorsicht! In manchen Ländern, wie auch in Österreich und Deutschland, ist das B vermutlich durch eine schlampige Schreibweise zum H geworden. Es gibt auch andere Theorien, wie es dazugekommen ist. Tatsache ist auf jeden Fall, dass im Englischen die Note, die bei uns als H bezeichnet wird, B heißt. Auf den sieben weißen Tasten des Klaviers lässt sich schon eine Tonleiter spielen. Wir wählen das C als Ausgangspunkt und spielen aufwärts jede weiße Taste, bis sie wieder beim C angekommen sind. Das ist die C-Dur-Tonleiter. Wir werden uns später noch genauer mit Tonleitern beschäftigen. Die C-Dur-Tonleiter ist aber auf jeden Fall die elementarste Tonleiter überhaupt. Darum werden wir ab jetzt immer die Oktave von C bis C grafisch hervorheben. Okay, was ist eigentlich mit den schwarzen Tasten? Die brauchen schließlich auch noch Namen. Auf der Klaviatur sind sie zwischen den sieben weißen Tasten angeordnet. Zum Beispiel die schwarze Taste zwischen C und D. Um sie zu benennen, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man sagen, sie ist ein erhöhtes C. Dann hängt man ein Is an. Die Note heißt also Cis. Ein erhöhtes D heißt dementsprechend Dis, ein erhöhtes F Fis, ein erhöhtes G Gis und ein A As. Man kann aber auch sagen, es handelt sich um ein erniedrigtes D. Dann hängt man ein S an und bezeichnet die schwarze Taste zwischen C und D als Des. Das erniedrigte E heißt S, das erniedrigte G Gess und das erniedrigte A Ass. Und jetzt wird's tricky. Die schwarze Taste zwischen A und H heißt nicht Hess, sondern B. Das ist kompliziert und unpraktisch. Vor allem sorgt das immer wieder für Verwechslungen, wenn man es mit englischsprachiger bzw. internationaler Literatur zu tun hat. Denn dort ist das B wie gesagt unser H. Außerdem wird unser B im Englischen als B-Flat bezeichnet. Unser Ass ist deren A-Flat, aus Gess wird G-Flat und so weiter. Die schwarze Taste zwischen A und H hat also viele Namen. Im Englischen B-Flat, im Deutschen kann sie sowohl B als auch A-Is genannt werden. In jedem Fall handelt es sich um die gleiche Tonstufe. Das A-Is nennt man im Englischen übrigens A-Sharp. Wir verwenden nachfolgend immer die deutsche Bezeichnung. Die 12 Tonstufen heißen also C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, A-Is, H und dann sind wir wieder beim C. Oder wir sehen die schwarzen Tasten als erniedrigte Tonstufen, dann heißt es von oben nach unten C, H, B, A, As, G, Gess, F, E, S, D, Des und schließlich wieder C. Von einem Ton zum nächsten haben wir immer einen Halbtonschritt, lauter gleiche Abstände. Je zwei Halbtöne ergeben zusammen einen Ganzton. Zwölf Halbtöne ergeben eine Oktave. Wie wird die Tonhöhe notiert? Wir wissen nun, wie die Töne heißen, aber noch nicht, wie man sie niederschreibt. Dazu brauchen wir ein sogenanntes Notensystem. Es besteht aus fünf Notenlinien und wir können jeweils auf oder zwischen die Linien die Noten platzieren. Auch über der höchsten oder unter der untersten Linie können wir Noten schreiben. Wenn wir noch tiefer hinunter oder hinauffollen, dann schreiben wir für die entsprechende Note weitere Striche zum Notensystem hinzu, sogenannte Hilfslinien. Egal, wo man einen Notenkopf hinmalt, er liegt vorerst immer auf einer weißen Taste am Klavier. Um zu wissen, welche Linie welcher Note entspricht, braucht man einen Notenschlüssel. Der Notenschlüssel legt fest, welche Linie welche Tonstufe darstellt. Je nachdem, welcher Notenschlüssel geschrieben steht, muss das Notensystem unterschiedlich interpretiert werden. Gebräuchlich ist der Violinschlüssel, den man auch G-Schlüssel nennt. G-Schlüssel deshalb, weil er auf der zweiten Linie von unten beginnt und damit festlegt, dass es sich um ein G handelt. Nun können wir die C-Dur-Tonleiter, die wir vorhin gespielt haben, auch notieren. Wir müssen aber zunächst herausfinden, wo wir den ersten Ton, das C, hinschreiben müssen. Bisher wissen wir nur, das G ist auf der zweituntersten Linie. Das sagt uns der Violinschlüssel. Zwischen den beiden unteren Linien liegt der Ton, der auch auf der Klaviatur auf der nächsten tieferen weißen Taste liegt, das F. Dann kommt das E. Und unter der untersten Linie muss dann das D sein. Jetzt müssen wir noch einen Ton tiefer, damit wir zum C gelangen. Wir brauchen also eine Hilfslinie. Auf diese Linie können wir das C schreiben. Vom C aus schreiben wir zwischen und auf jeder Linie eine Note. Genau sieben Noten braucht es, bis wir wieder auf ein C stoßen. Das ist die Oktave unseres Ausgangstons. Und so klingt das. Man spielt einfach die weißen Tasten von C aufwärts auf der Klaviatur. Wie man auf die schwarzen Tasten kommt, werden wir später noch besprechen. Welche anderen Notenschlüssel gibt es? Ein anderer gebräuchlicher Schlüssel ist der Bassschlüssel. Man nennt ihn auch F-Schlüssel, weil er mit seinem Anfang das F auf der zweitobersten Linie festlegt. Mit einem anderen Schlüssel verändert sich auch die Bedeutung der verschiedenen Notenlinien. Wenn wir die C-Dur-Tonleiter im Bassschlüssel notieren, wird das deutlich. Wo müssen wir beginnen? Wir suchen das C. Wenn die zweitoberste Zeile ein F ist, dann liegt zwischen ihr und der mittleren Notenlinie das E. Auf der mittleren Notenlinie befindet sich das D. Noch eins tiefer und wir sind beim C angelangt. Nun können wir wie vorhin vorgehen und eine Note nach der anderen schreiben. Die C-Dur-Tonleiter sieht also im Bassschlüssel anders aus als im Violinschlüssel. Es gibt auch noch andere Notenschlüssel wie den Alt- und den Tenorschlüssel. Diese sind aber nicht so wichtig. Die meisten Instrumente werden im Violin- und Bassschlüssel notiert. Manche Instrumente mit einem großen Tonumfang brauchen sogar beide Schlüssel, zum Beispiel das Klavier. Das Klavier hat einen sehr großen Tonumfang. Darum braucht man genügend Notenlinien, um alle vom Klavier spielbaren Töne notieren zu können. Man schreibt zwei Notenzeilen übereinander. Zusammen ergeben sie ein System. Die obere wird im Violinschlüssel geschrieben, die untere im Bassschlüssel. Anstatt viele Hilfslinien malen zu müssen, hat man jetzt eine zusätzliche Notenzeile zur Verfügung. Und man kann sehen, dass Violinschlüssel und Bassschlüssel gut zusammenpassen. Denn das C ist im Bassschlüssel auf der ersten oberen Hilfslinie. Im Violinschlüssel steht das C auf der ersten unteren Hilfslinie. Der Bereich des Violinschlüssels und der des Bassschlüssels gehen lückenlos ineinander über. Und das ist natürlich praktisch. Bisher wissen wir nur, wie wir die weißen Noten der Klaviatur in das Notensystem eintragen können. Was ist aber mit den schwarzen Tasten? Alle Plätze auf und zwischen den Notenlinien sind bereits für die weißen Tasten vergeben. Wir behelfen uns, indem wir die bisherigen Noten mit zusätzlichen Zeichen versehen, sogenannten Versetzungszeichen oder Akzidenzchen. Zur Erhöhung einer Note schreiben wir ein Kreuz davor. Dadurch wird beispielsweise aus dem A ein Ais. Um ein erniedrigtes A zu erhalten, schreiben wir ein kleines B vor die Note. Wir erhalten ein Ass. Schreibt man in einem Takt ein Versetzungszeichen, dann bleibt es grundsätzlich bis zum Ende des Taktes gültig. Mit einem Auflösungszeichen hebt man ein gesetztes Kreuz oder B wieder auf. Sehen wir uns ein Beispiel an. Wir haben zuerst ein A. Dann ein erhöhtes A, also ein Ais. Dann kommt ein erniedrigtes A, also ein Ass. Auch die nächste Note ist ein Ass, weil das B für den ganzen Takt gilt. Für die nächste Note danach gilt es nicht mehr. Sie ist wieder ein A. Dann kommt wieder ein Ais und ein Ass. Das letzte ist aufgrund des Auflösungszeichen kein Ass, sondern ein A. Es gibt auch Doppelb und Doppelkreuz. Allerdings sind sie nicht besonders gebräuchlich. Wir überlegen uns. Ein erniedrigtes A wird zum Ass. Und wenn man es dann erneut erniedrigt, wird daraus ein G. Dann kann man auch gleich ein G schreiben. Aber hier und dort gibt es theoretische Überlegungen, warum Doppelb oder Doppelkreuz doch angebracht sind. Bei Doppelb hängt man die Silbe Esses an den Notennamen an, zum Beispiel Cesses. Bei Doppelkreuz hängt man ein Isses an, zum Beispiel Cissis. Wie unterscheidet man die Noten aus unterschiedlichen Oktaven? Wir kennen jetzt alle Tonnamen. Wir haben aber noch ein Problem. Die Notennamen wiederholen sich in jeder Oktave. Wenn ein Bass ein C spielt, dann ist es im Allgemeinen tiefer als ein C auf einer Gitarre. Man braucht also ein System, um die gleichnamigen Noten in unterschiedlichen Oktaven zu unterscheiden. Es gibt hierfür verschiedene Systeme. Einmal gibt es Oktavbezeichnungen, um eine bestimmte Oktave zu benennen. Man spricht von einer Subkontra-Oktave, einer Kontra-Oktave, einer großen Oktave, einer kleinen Oktave, einer eingestrichenen Oktave, einer zweigestrichenen Oktave und so weiter. Dann gibt es die Apostrophschreibweise. Diese sieht so aus. Man hat ein großes C. Eine Oktave darüber ist das kleine C. Dann beginnt man mit Hochkommata, die Oktaven zu zählen. Eingestrichenes C, zweigestrichenes C und so weiter. Geht es tiefer hinab als das große C, benutzt man entsprechend Tiefkommata. Eine weitere Schreibweise ist die Index-Schreibweise. Hier benutzt man Indexzahlen anstatt Striche. Im wissenschaftlichen Bereich werden die Gitarven einfach von C0 beginnend durchgezählt und mit einem Index versehen. Diese Schreibweise ist auch in Sequenzern üblich. Welche Alternativen zur Notenschrift gibt es? Auch wenn die Notenschrift sich großflächig durchgesetzt hat, so gibt es doch Bereiche, in denen andere Notationsweisen vorherrschen. Die klassische Notenschrift hängt stark mit der Klaviatur des Klaviers zusammen. Aber Musik für Gitarre beispielsweise wird oft auch in Tabulaturform notiert. Darunter versteht man eine Notationsweise, die sich stark an der bildlichen Darstellung der Gitarre orientiert. Statt Tonhöhen und Tondauern geben Tabulaturen Griffanweisungen. Im Gegensatz zur klassischen Notenschrift stellen die verschiedenen Linien jeweils eine Seite auf der Gitarre dar. Die darauf eingetragenen Nummern weisen den Musiker an, die entsprechende Seite am bezeichneten Bund zu greifen. Steht eine 0, so wird die Seite leer gespielt. Steht eine 7, dann muss die Seite am 7. Bund gegriffen werden. Am Beginn der Tabulaturzeile oder am Beginn des Stückes steht geschrieben, wie die Seiten des Instruments gestimmt werden sollen. Es gibt für viele Instrumente, gerade für den Anfänger, hilfreiche Tabulaturen. Aber sie haben sich besonders im Gitarrenbereich etabliert. Die Pianorolle kennen wir schon. Auch sie stellt eine Form der Tabulatur dar, die Klaviertabulatur. Für jede Note steht eine Linie und es werden dort Balken eingetragen, wo ein Ton erklingen soll. Und die Balken sind so lang, wie der Ton dauert. Gerade bei Sequencern ist diese Notationsweise beliebt. Ganz intuitiv kann man die Tasten setzen, als ob man sie auf einem Keyboard spielen würde. Allerdings würde wohl niemand die Pianorolle tatsächlich ausdrucken und nach ihr zu spielen beginnen. Dafür wäre sie wohl zu unübersichtlich. Die Tabulatur erspart einem das Notenlesen. Der große Nachteil besteht allerdings darin, dass sie für andere Musiker nicht lesbar ist. Wie soll zum Beispiel ein Sänger nach Tabulatur singen? Oder stell dir einen Dirigenten vor, der eine Orchesterpartitur vor sich hat. Und jedes Instrument ist in seiner eigenen Tabulatur notiert. Das wäre ziemlich chaotisch. Wie lernt man das Notenlesen am besten? Bei den Links zu diesem Video findest du den Notenmaster. Es handelt sich dabei um ein kleines App, das dir eine zufällige Note zeigt. Mithilfe dieser Klaviatur kannst du eingeben, um welche Note es sich handelt. Mit dieser Option kannst du den Bassschlüssel aktivieren und deaktivieren. Übe die Notennamen ein wenig, bevor du mit der nächsten Session fortfährst. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Wir kennen zwölf Tonstufen, die sich in der Tonhöhe unterscheiden. Die Namen orientieren sich an der Klaviatur. Die weißen Tasten heißen C, D, E, F, G, A, H. Die schwarzen Tasten liegen dazwischen und haben jeweils zwei Namen, je nachdem, ob sie als erhöhte oder erniedrigte Tonstufen aufgefasst werden. Das drücken wir mit den Endungen IS und S aus. Die chromatisch organisierten Tonstufen lauten also In klassischer Notenschrift schreiben wir die einzelnen Tonhöhen als Noten in ein Notensystem. Das besteht aus fünf Linien und einem Notenschlüssel, der festlegt, wie die Linien interpretiert werden. Beim Violinschlüssel entspricht die zweite Linie von unten dem G. Um eine Note zu erhöhen oder zu erniedrigen, schreibt man ein Kreuz oder ein B davor. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.